Warcraft 3 Reforged Warcraft 3 Reforged Warcraft 3 Reforged Und deswegen Versuche ich die Games so schnell wie möglich Zu gewinnen, das hier ist er nicht Aber dennoch Also ich versuche jetzt wirklich ein paar Runden zu Tryharden, absolut so gut wie es geht Runden so schnell wie möglich Zu gewinnen und mal sehen Vielleicht erwische ich ihn ja heute Abend noch Und dann gibt's Backenfutter So, jetzt auf jeden Fall Ja, Standard Build Order Ich gehe direkt eine Runde scouten Gegner hat Ork bekommen Also mal gucken auf dieser kleinen Map Wahrscheinlich Blade Master Action Somit baue ich hier ganz ganz schnell Einen Tower Und dann heißt es Fast Creep Eventuell Schnell expandieren Und nochmal gucken Ja, meine Niederlage Gegen den Typen eben Zeige ich euch Selbstverständlich nicht Weil solche Leute Haben einfach nichts Auf YouTube verloren Und Ja Aus dem Grund Niederlagen zeige ich euch Selbstverständlich Aber sowas halt nicht Weil Geflame mag ich nicht Jedenfalls nicht so Unanständiges Und ja Jetzt auf jeden Fall Auf dieses Spiel hier Konzentrieren Und den Blutdruck Erstmal wieder ein bisschen Nach unten schrauben So Ja Um mich zu ärgern Gehört eigentlich Wirklich viel dazu Aber der hat's geschafft Gut Jetzt schnell den Shop bauen Blader ist noch nicht da Wenn's der Blader wird Aber ich geh wirklich Ganz stark davon aus Folianter Beweglichkeit Zu den Folianten Werde ich ja demnächst Auch einen kleinen Guide machen Und mal sehen Ich hoffe wirklich Dass ich vor Weihnachten Nochmal eine Woche Urlaub Bekomme Und Dann geht da einiges Da ist er Da war er Habt man hier sehen Der Blader Hat auch versucht Sich vorbeizuschleichen Der Gangster Könnte mir hier jetzt Eventuell das Item Clone Deswegen stelle ich mich Direkt neben den Creep Da ist er Ja ist wieder Unsichtbar gegangen Aber was soll ich machen Versuchen so zu last hitten Dass er's nicht unbedingt merkt Ihr braucht meine Hilfe Okay Erfahrung ging an mich Item ging an ihn Okay Da können wir mit leben Ich bin auf jeden Fall Schon nahe Level 3 Blademaster Immer noch Stufe 1 Versuchen wir mal Ein bisschen zu blocken Hier Oh ja jetzt Spielen wir mal Den Oberskiller Hey Arbeiter auch retten können Gut Klappt bis jetzt Alles ganz hervorragend Alles hochheilen Was ist das diesmal? Sag das Zauberwort Jawohl Du machst schon Los Jetzt brauche ich die Schmiede Kann ich gleich ein bisschen Auf Rifleman switchen Weiteren Hof Nicht vergessen Damit ich keinen Supply Stopp bekomme Sägewerk Äh Schmiede auch auf Taste legen Schmiede lege ich immer auf 9 Also ich lege immer das erste Hauptgebäude Auf die 0 Schmiede auf 9 Sägewerk auf 8 Kaserne habe ich auf 5 Altar auf 4 Und so weiter Greifenhorst auf 8 Und Sägewerk Ne nicht Sägewerk Werkstatt Auf der 7 Das nochmal zur Info Die ersten 3 Tasten Benutze ich halt Für Untergruppen In Team 1 Nehme ich meist Den Arkmage Also die Helden Und die Nahkämpfer Knights Spellbreaker und so weiter Auf 2 dann Die Caster Und Rifleman Und auf 3 Da kommen dann Griffen Und Mortar Teams Und sowas Das war jetzt ein kleiner Fehler Ich hätte erst skillen müssen Und dann hätte ich ein Level 2 Water Element gehabt Da kommt der Gegner Hat nicht allzu viel dabei Aber ich fighter hält auch noch gegen den Kree Boah Meine Arkmage Der kassiert ordentlich Der muss jetzt stiften gehen Speed Skull eingesetzt Kriege ich den Boah So knapp Lacka Lucky Lacka war sein Name Kommt das hat bis jetzt so gut geklappt hier Errichtet mehr Höfe Mehr Arbeit Mh 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 Richtig Errichtet mehr Höfe Was ist das diesmal Errichtet mehr Höfe Arbeit ist voll frei Da kaufe ich mir glaube ich gleich meinen Heiltrank Oder Kommt da Dann reicht auch die Rolle der Verjüngung Ich dachte der versucht jetzt wirklich alles hier meinen Arkmage Zu schnetzeln Nehmen wir nochmal zwei Avery Tower mit Okay Erste Rifleman auch am Start Jetzt kann ich mich langsam wieder raustrauen Ja mein Lord Er braucht meine Hilfe Und jetzt versuche ich zu expandieren Weitere Rifleman pumpen Da bin ich ja mal gespannt Äh Forschung abgeschlossen Ich kann es kaum erwarten Arbeit ist vollbracht Ja dafür sind die Tower wirklich Gut Also wenn der Blader jetzt nicht direkt vorbeikommt Dann kommen die auch easy durch Mountain King müsste sich auch gleich auf den Weg machen Das ist die Exe hochziehen Dann bauen wir noch einen Tower Und dann hier unten ein Arkmage Sanktrum Mon King ist da Ihr braucht meine Hilfe Fully an der Intelligenz Weiter geht's Jetzt gehe ich gleich mal gucken Ob er den Job da freigecreept hat Ring des Schutzes gebe ich gleich mal dem Mountain King Ja und zur letzten Runde muss ich natürlich auch sagen Ich habe nicht meine Main Race gespielt Er schon Er spielt nämlich ebenfalls Immer Human Und ich hatte im letzten Game Ork Upgrade für die Tower Auffüllungstrank Naja Wird nicht unbedingt zu meinen Lieblingsitems Bruch der Gesundheit Nämlich mit dem Mountain King Nun macht schon Sag das Zauberwort Lasst euch Zeit Okay Gold reicht Rolle der Heilung Ihr wisst ja Bescheid Extremst wichtig Bringt mehr wie irgendeine Einheit Wie ein Rifleman zum Beispiel Gucken wenn ich den Creep auch noch bekomme Ah da ist er Zack Gibt es gleich mal ein Bolt So und jetzt gucken wir mal Erste wichtige Schlacht jetzt Ein paar Schamanen dabei Okay Schönes Micro Da mit dem Raider Kam ich nicht mehr hinterher Zieht der nächsten Raider raus Das macht er gut Aber jetzt gibt es vollen Fokus Feier Auf den TC Er hat nochmal einen Heiltrank genutzt Tata übergeben Und TC geht down Jawohl Sehr gut Komm Ich kriege auch noch Läuft Level 4 für den Arkmatch Und Gegner geht raus Erste Runde gewonnen Und Ja Ich zocke direkt die nächste Und ich hoffe ihr schaut auch im nächsten Game wieder rein In diesem Sinne bis zum nächsten Game Euer Ram